So machst du den perfekten Pizzatoast in nur 10 Minuten. Wir brauchen 4 Scheiben Toast. Da machen wir jetzt Tomatensauce drauf. Dann die erste Schicht Käse. Das Coole ist, wir können jedes einzelne Toast quasi belegen, wie wir wollen. Hier mache ich Sucuk drauf. Hier kommt natürlich Ananas drauf. Was? Spaß Leute, auf die anderen kommt auf jeden Fall Zwiebel und Tufisch. Theoretisch ist das sogar so ein Protein-Pizza, ne? Jetzt ganz wichtig, noch eine Schicht Käse. Falls ihr auf Massefahrt seid, noch eine Schicht. Das Ganze kommt dann für 250 Grad für 5 Minuten in den Backofen. So sieht es fertig aus. Bittschön, was als nächstes?